Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon Hardgold Edition hier auf der Route. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wo gekommen? Welche Route? Ich kann mir das doch nicht merken. Route 30, alles klar. So, wir waren bei diesem Trainer stehen geblieben, nicht wahr? Ich suche Käfer-Pokémon, doch ich fand einen Trainer. Und er hat zwei Pokémon. Eins davon ist er draußen. Lass mich raten, das andere ist ein Duffkorn oder ein Horn-Dew. Das war ein guter Schlag. Keins von beiden. Es war noch ein Rauppi, dass ich auf die Idee nicht gekommen bin. Es wundert mich, dass das Rauppi nicht schneller ist als Kleinstein, aber ich glaube, das ist allein der Levelunterschied. Aber auf gleichem Level wäre Rauppi auf jeden Fall schneller. Das heißt, ich glaube, ich weiß es sogar. So. Hättet mich das hoch. Weiter geht's. Hallo, wie bald. Ciao, wie Barak. Da ist ein Eintrank, um genau zu sein. Sehr schön. So, was ist hier? Hier ist es ziemlich dunkel. So, ansonsten noch ein Aprikot-Bomb. Noch ein Item und ein Trainer. Perfekt. Oh, ein Pokéball. Ein Pokéball in ein Pokéball sozusagen. Nee, also Entschuldigung. Rocky pickt behaarlich auf dem Boden rum. Womit? Denk, ist es wäre ein Habitag? Ich habe eine Big Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen! Okay, mein Kleinstein, das denkt, es sei ein Habitag. Los geht's. Oder weiter geht's? Wäre eigentlich ganz cool, wenn wir Kleinstein noch vor dem ersten Arena-Kampf auf der Elbe durchprügeln können. Das ist zumindest Steinwurf gelernt. Weil spätestens beim Leiter sollten wir es das eigentlich können. Der Knofenzerturm wird nur gleich mit Spaß. Wir haben zwei Pokéball dabei, die schwach gegenüber Pflanzenattacken sind. Vielleicht sollten wir uns noch ein Vogelpokémon dazu holen. Auf der anderen Seite, so lang ist der Knofenzerturm jetzt auch nicht. Und Rocky geht langsam der Tackle aus. Vielleicht sollten wir Kind schon mal ein paar Kämpfe machen lassen. Auch mal! Das hättest du doch wirklich noch besiegen können, oder? Und da kommt ein weiterer Knallschuss. So, hätten wir das auch. Der Trainer wäre besiegt. Weiter geht's im Text. Je, du bist ja richtig gut. Du gefällst mir. Danke. Also, ich gehe hier täglich auf Pokémon-Pirsch. Und da befinde ich alle Arten von Bären im Gras. Und wenn du möchtest, teile ich sie mit dir. Gib's mir deine Nummer? Klar. So einfach ist es, an meine Nummer zu kommen. Gib's mir deine Nummer? Klar. Ich melde mich, sobald ich etwas finde. Du darfst jetzt schon gespannt sein. Apropos für Fenster. Ein wildes Ratzfanz. Gibt es hier eigentlich Hut-Huts? Ich hätte nämlich irgendwie schon gerne eins. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Haben wir überhaupt schon eins gesehen? Das sieht nun nicht so aus. Das wäre wahrscheinlich hier vorne irgendwo. Taub, sie bekommen einen Dichtempfang. Ich will mir nicht angucken, ob du männlich oder weiblich anders aussiehst. Hm. Ich würde schätzen, dass man hier auf der Route dann auch Hut-Huts fangen kann. Schätzeweise. Oder wir machen das anders. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Auf eine Route, wo es vielleicht nicht ganz so viele Pokémon gibt. Also ein ganzes Stück zurück, wenn man so möchte. So. So. So viele Pokémon gibt es in der Nachts-Nächste. Oder abends. Wie noch. Et voilà, da wäre das Erste. Na schön. Damit hätten wir ihn guttet im Team. Gut, gut. Das ist ein Pokémon. Er steht immer auf einem Bein. Es wechselt sein Schäumbein so schnell, dass man es kaum sieht. Wie nenne ich dich? Wie nenne ich dich? Schwierig. Ich nenne dich Blue. Das erscheint auf den ersten Blick ein wenig naja zu sein, weil es nicht blau ist, aber ich benenne es nach der blauen Stunde. So, und jetzt die... Ach, wir haben noch das andere Kleine schon dabei. Ich habe noch gar nicht abgelegt. So, die essentielle Frage. Hast du die richtige Fähigkeit? Ja, perfekt. Ich bin mir zwar nicht so sicher, ob ich unbedingt ein Frohs haben möchte, weil Noctu doch ganz gut in der... äh, dingstens ist. In der Spezialangriff, aber... Ich denke, für die Story sollte es reichen. Ja, der Grund, warum ich unbedingt eins mit, ähm... Insumia haben möchte, statt mit den anderen Fähigkeiten, ist, dass die Fähigkeit fände, dass sie einschlafen kann. Was bei den ein oder anderen Empfehlern sehr nützlich ist, denn seine Strategie besteht darauf, Geistpoken einzusetzen und... naja, einzuschläfern. Und die kann du dann einfach auslachen, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ähm, bewegen. Ich möchte das kleinstellen, was wir... dem wir keine Spitzung gegeben haben. So. Damit sind wir wieder ein glückliches Streit. Was kannst du bauen? Kannst du schon schnallen? Du fängst mit Tackle an. Du fängst mit Tackle an. Klasse. Tja, dann Tacklen wir uns mal durch die Gegend, würde ich sagen. Auf die Plätze Tackle los, würde ich sagen. Und da kommt auch schon das erste Objektiv. Dann mal los. Nein, das ist noch Level 2. Das sollten wir hinkriegen. Wenn nicht lege ich Blue auf der Stelle ab. Wenn es den Kampf jetzt nämlich noch verliert, dann heißt das so einiges. Lass mich raten, es setzt einmal Giftstapel an. Vergiftet und so fort. Nein. Wow, das war eine Menge EP. Ich finde es schön, dass man das bei dem Sprite von Ruth, wenn es hier so hinterherkommt, richtig sieht, dass es die ganze Zeit drinnen und her springt. von einem Ball aus der anderen beim Sprite setzt. Sieht man das ja kaum. Oh, das ist auch ein bisschen viel. Warum haben wir das nicht genommen? Naja, es kann bestimmt Reuler, ja. Das sowieso. Aber es kann bestimmt eine andere Fähigkeit. Bestimmt. Das rede ich mir jetzt einfach mal ein, damit die EP nicht schlecht fühle, weil ich einen Hupen mit zwei Herren Level gefangen habe. Dafür gibt es auch eine Menge EP, wenn wir das besiegen. Falls wir das besiegen. Das heult uns die Ohren voll. Wie schön. Aber das ist ja nie was. Ich fühle mich verarscht. Und wieder zurück. Wie soll man das Teil trainieren, wenn es dann dauernd besiegt wird? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe ein Déjà-vu. Ah, der ist so. Na dann. Ich habe mich gerade gewundert. Warum wird der Bildschirm schwarz? So, mal gucken, ob wir irgendwann nochmal in Viola City ankommen. Aha. Noch ein Wehbarock für die 2. Ich habe ein Déjà-vu. Was ist diese Folge? Ein reines Déjà-vu. Und zwar. Oh, Mann. Heißt, ich habe eins vor. Gut. got to, ich habe 20 Jahre altes. Ich habe ein Geräusch. Wahrscheinlich ist Blue mittlerweile einfach nur noch so eine Spinnennetzkugel. Irgend rollt sich durch die Gegend. So, auf wie das Teil jetzt fadenschutz eingeblendet wird. Der Giftstachel dürfte gar keine Wirkung haben, weil der gar nicht durchkommt. Weil das einem mittlerweile so ausgeprästert ist. So. Ja, die Weberrack sind schön leichte Opfer. Ganz anders als diese großen, starken Hutus. Ich hab ein Déjà-vu. Ah, es ist ein Rass, quasi nicht wieder dieses böse Hutu. Naja, jetzt fällen wir jetzt die ganze Zeit Tackle darauf. Bis es besiegt ist. Oder es uns besiegt. Weil es momentan... Warum darf es jetzt zuerst? Sauerei. Oh. Ich geh jetzt nicht wieder zurück. Ich werde Blue einfach einen Trank geben. Da haben wir aufgeregt. Ach, seufzt's. Na ja, ich meine, es ist nur ein Weberrack, ob ich das sei. Ich will mich an die Beschwerde, aber warum setzen die die ganze Zeit Fadenschuss ein? Ich glaube, es hat meine Beschwerde gehört, die ich nicht geäußert habe. Ich hatte früher in meiner Golden Edition mal einen Ariadus. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Naja, ich bin älter geworden. Das war vor, keine Ahnung, x Jahren. Und dann habe ich herausgefunden, was für ein schlechtes Pokolariadus doch ist. Und ich fragte mich, wie ich es geschafft habe, das Teil zu trainieren. Was ist denn los mit diesem ganzen Weberracks-Achalz 2? Ah, wenn wir mit, was wir kriegen können. Blue Box, okay. Blue Box, okay. Oh, wir kommen voran. Wir sind mal in etwas. Wir haben es fast geschafft. Nur noch ein Gras. Da sind wir endlich in Biola City. Yay! Me? Hi. Oh, Sefi. Du bist echt spitze. Du hast mich im Windeseile überholt. In Ordnung, Sefi. Dafür bekommst du jetzt das. Bekommst du jetzt. Bekommst du jetzt was von mir. Was? Hier. Es ist hier fehlt. Kampfkamera. Diese Kampfkamera ermöglicht es dir, den Verlauf von Pokémon-Kämpfen zu dokumentieren. So, ich gehe jetzt schon mal weiter. Noch mal, überholst du mich nicht. Komm zu mir, Merrill. Und das, obwohl wir nochmal zurückgegangen sind, um Blue zu fangen. Ach, endlich sind wir in Biola City angekommen. Ähm, von diesen netten Herren hier kann man übrigens, ich glaube, maximal drei Eier erhalten. Je nachdem, was man ihm halt sagt. Das hat, glaube ich, irgendwas mit der ID zu tun. Das muss man, glaube ich, ähm, durch den Generator jagen oder so. Jedenfalls, ähm, in den Eiern befinden sich jeweils ein Felino, ein Voltilam und ein Schneckback. Wenn Schneckback ein gutes Pokémon wäre, würde mich das sehr freuen. Leider ist Schneckback ein gutes Pokémon. Ja, ich glaube, ich möchte ein paar Tränke kaufen. So. Ein paar Tränke gekauft. Oh, noch ein paar Bälle? Ja. Never mit. Das ist so schön. Wir geben unserer Mutter nach jedem Kampf die Hälfte und wir schulen trotzdem ein Geld. Wie wäre das denn erst, wenn wir, naja, das Geld für uns behalten würden? Der Knopfenserturm. Die Träger sollen des Turms so eins aus einem 30, über 30 Meter rum Knopfenser anstanden sein. Mir ist nie aufgefallen, wie das hier tatsächlich die ganze Zeit knatscht. Das finde ich ziemlich cool. Der Knopfenserturm wurde vor langer Zeit als Trainingsstelle für Pokémon eingerechnet. Perfekt, nehme ich. So sehr wir hier auch wüten. Der Turm steht felsenfest. Ein weißer Eckart mit einem Knopfenser. Wahrscheinlich mit zwei Knopfensern. Oder er hat noch einen Huthut. Wir haben ja alle nur Knopfenser und Huthut. Naja, das sollte man beim Knopfenserturm erwarten. Und wenn es als erste Attacke geklärt ist, Ranken gibt. Was ziemlich schlecht für uns ist, weil wir zwei Pokémon im Team haben, die sehr schwach, beziehungsweise sehr schwach gegenüber der Attacke sind. Mein Kitschur würde das vielleicht noch hinkriegen über den Level-Unterschied. Aber okay, keine Chance. Das ist wahrscheinlich mit einem Rankenbesicht. Und Level-Up. Und Hypnose. Na, aber wenigstens kriege ich nur bei dem Knopfenser-Turm hier ziemlich schnell empfehlen. Und kann nicht schnell wachsen. Nur mal sehen, dass wir die anderen auch wieder ein bisschen hochleveln. Ansonsten gehen wir mit dem Level 9 und Level 10 Pokémon in die erste Arena. Und naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und der 3, ich darf die ganze Zeit, der hat 2. Ich passe auch kein Stück mehr auf hier, ne? Und der 3, ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob das so gut ist, ob das so gut ist, ob das so gut ist. Runden wir eigentlich auf oder ab, wenn wir was nach Hause schicken. Das würde mich mal interessieren. Sind wir großzügig oder knauserig? Wir bewachen diesen Turm und den Vogel und auf diese Weise unseren Dank auszudrücken. Und damit wir nie vergessen, was wir ihnen verdanken. Ein weiteres Knopfenser, das zu Tode getackert wird. Ich wünschte, wir könnten schnabeln. Wird das ja wesentlich schneller gehen. Und noch ein Knopfenser. Ich fand das früher in der Goldenen, in der Silberen und in der Kristallelzun immer so geil, dass es am Anfang Knopfensers gab. Und ich mir nie eins gefangen habe. Ich habe mir wirklich nie Knopfenser gefangen. Was eigentlich mehr daran liegt, dass Knopfenser erstmal kaum Angriffsattacken am Anfang lernt. Erstmal startet Rankenhipp und dann dauert es irgendwie Ionen, bis es dann mal irgendwie was lernt. Und Rankenhipp hatte man damals noch 10 Mal. Oder 15 Mal, das kann natürlich auch sein. Aber man hatte es wirklich nicht häufig. Und naja. Das ist dann nicht so geil. Bist du in der Höhle, willst du da durch und dann nach 10 Mal Atten eingreifen, ist es vorbei. Ich weiß gar nicht, ab welcher Edition die das geändert hat, dass das Rankenhipp mehr AP hat. Mittlerweile hat das ja total viele. 25. In dieser Generation hat es jetzt immer noch 15. Das sind immerhin 10, nur zum Weniger. Ja, Julian, was gibt es? Guten Abend, Sefi. Julian hat auch parat. Noch wach? Ja. Neulich habe ich einen Rastpratz gesehen. Ich wollte es fangen. Aber der Versuch ging nach hinten los. Naja, kein Grund sich aufzuregen. Pokémon-Fang ist eben nicht meine Stärke. Okay. Ja, damals ist heute mal das Thema. Ich kapp gerade die Zahlen vor mir, deswegen kann ich ja so schön schlau drüber reden. Und die nächste Attacke, die ich gelernt hätte, wäre Wickel auf Level 11. Und naja, dann wäre Säure auf Level 23. Dann Wickelt es. Und Rasierblatt auf Level 37. Das heißt, wenn man bedenkt, dass es sich entwickelt, dauert es sogar noch länger, dass es Rasierblatt lernt. Und jetzt haben wir Säure immer noch auf Level 23. Und Rasierblatt auf Level 39. Ich meine, das ist jetzt vielleicht noch Abschlag dazu gekommen, aber das hat auch nur noch Stärke von 20. Naja, und als Ultrigarier lernt, das Rasierblatt sogar erst auf Level 44. Zumindest in Ultrasonne, Ultramond, in Let's Go hat man es mal richtigerweise auf Level 27 runtergeschaut. Naja, und TMs kann das Teil jetzt auch nicht wirklich lernen. Und es geht hier langsam mit der Attacke aus. Und Hut, Hut, gehen hier langsam die KP aus. Die AP und die KAP. Naja, mit dem nächsten Level ableeren, Zirn, Schnabel. Sofern, sofern der Tackle noch so lange reicht. Na ja, das kann ja spannend werden. Mal gucken, ob das lange reicht. Ansonsten machen wir mit Kinchou weiter. Geht's nicht nochmal nach unten. Aber ich würde sagen, bevor wir weitergehen, machen wir eine kleine Pause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, also voraussichtlich morgen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich zumindest sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich natürlich wie immer, ciao.